Ich wüsste halt doch gerade nicht, wo ich ein Forstfait aufmachen könnte. Muss ich auch ehrlich gestehen. Wo ich ein Forstfait-Key brauchen könnte. Ja, ein Stück mit Zeug, das habe ich eigentlich auch schon längst weg gemacht. Lassen wir es aber mal da. So, das nächste große Secret. Ist das hier nämlich. Hier ist erstmal ein bisschen Zeug drin. So, und noch ein Knopf. Der hier aufmacht. Hi, Jungs. Ihr beide hinkt ein bisschen her mit den Erfahrungspunkten. Das überlasse ich euch, das töten. Wisst ihr was? Hi. Ihr seid zwei. Hier seid auch wieder zwei. Laden wir doch mal unseren Stab neu auf. Oh. Da ist einer ins Nirvana geflogen. Beziehungsweise auch die andere Seite. So, können wir hier was wegmachen? Das können wir wegmachen. Da haben wir ein Bloody Skull drin. Die trage ich bereits. Chitin Alloy Bow. Höhere Attack Power. Aber der Rest fehlt halt einfach. Und Fire Resistance. Stuff Defense 44. Battle Guardian Spell. Hm. Willen wir noch zwei Punkte beim Level Up in Stuff Defense geben. Oh. So. Gut. Dann, ähm. Das war verkehrt rum. Achso, ja, so. Ernsthaft. Ah. Tomb of Life. 25 Lebenspunkte. Nicht für dich. Für dich vielleicht. Na ja, für dich. So. Hm. Was haben wir hier? Mitril, du bist lichtige Rüstung. Du trägst bereits, du trägst noch nicht. Athletics, das bringt mir überhaupt nichts. Plate bringt mir auch nichts. Die Schuriken nehme ich aber gerne. Und du kriegst die bessere Rüstung. Hier auf jeden Fall. So, hast du nämlich mehr Traglast. So. Und jetzt geht's abwärts. Und jetzt. Attention Workers. This is unsafe to run around the fire. Wir sind jetzt da, wo ich die ganze Zeit hinwollte. OK. Und jetzt. Why? Oh. Baby auf diese Seite. Hey. Oh. 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 die gegner können nämlich dagegen extinguish gar nichts so gut dann gucken wir mal wo hier ein knopf ist hm der hat schon mal nicht ausgereicht kann ich das hier eigentlich zerstören nein also hier haben wir einen knopf das war wieder die falsche kombination so der knopf sollte eigentlich irgendwas gemacht haben ich habe echt nicht so was wie telekinese oder so gelernt link gate force field devore resurrects qual of banish die würde ich gern bald lernen wispschiff repulse sheet lightning smite und der darkmissile lifesteal ok hier hat der knopf nichts aufgemacht und hier nicht verlassene mine ich bin entkommen und habe fast den palasteingang erreicht nur um in diese verdammte grube zu fallen besser als bei diesen ähm wilden kleinen beißerviechern gefressen zu werden ich habe nach einem weg nach draußen gesucht war aber kein glück ich denke die einzige möglichkeit die ich habe ist nach oben zu klettern und an ihn von nach oben an ihm vorbeizuklettern ich war nie sehr gut bei ihm klettern aber ich bin out of options also ich habe keine anderen optionen mehr ja ja federfall ist deaktiviert ich bin gelanget hmm kein knopf kein knopf kein knopf kein knopf kein knopf it's unsafe to run around to fire das hier ist das feuer also wenn ich drum herum laufe ist das unsicher flame wave das ist doch was für dich das ist ein wizard fire spell flame wave ja ist schon recht hm ist aber immer noch nicht mein kleines problemchen oh doch doch äh ach so jetzt sollte ich eigentlich das hier endlich aktiviert haben ja ach so das war nur ein hübsches aufblinzeln gut mhm 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 gut damit haben wir das gelöst und können jetzt runter in die ins flammengebiet und uns da dem feind stellen lockerissimo ja morgens nicht mit diesem feind okay etwas stärker und explodieren böse gut zu wissen ok ja ja wenn das immer so leicht gehen würde Firestone der Scroll okay erstmal kurz gucken ob hier nicht noch ein vierter rumwurselt go 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 go